Mr. Davis hätte in London bleiben sollen. Meine liebe Annie, ich habe jetzt gar keinen Text im Kopf. Zweimal, ja, besucht sie ihn. Schreibt sie ihm. Wenn ein Baum sieben Jahre alt ist, wird er zum ersten Mal geritzt. Wenn ein Inder sieben Jahre alt ist, wird er auf den Plantagen eingestellt. Er verdient zehn Cent am Tag. Dafür bekommt man... Während der zerschossenen Hand knöppte er langsam seinen Mantel auf. Dann wurden die Gewehre angelegt und warteten auf mein Kommando.